Guten Tag liebe Zuschauer, mein Name ist Holger Scholze und ich stehe hier beim Sächsischen Finanzsymposium und einer der Podiumsdiskussionsteilnehmer ist jetzt hier bei mir, ein sehr bekannter Börsenexperte hier in Deutschland, auch durch Funk und Fernsehen natürlich bekannt. Bei mir ist Volker Hellmeier, Chefanalyst der Bremer Landesbank. Hallo Herr Hellmeier. Herr Scholze. Herr Hellmeier, wenn wir uns mal die letzten Konjunkturdaten so betrachten, dann dürften die den einen oder anderen doch positiv überrascht haben. Ist der Optimismus da jetzt vielleicht sogar schon wieder zu groß geworden? Im Gegenteil. Was wir erkennen ist, dass Skepsis immer wieder die Oberhand gewinnt, dass eine Euphorie überhaupt nicht feststellbar ist. Schauen wir uns die Frühindikatoren an, die sagen uns etwas über die Entwicklung der nächsten drei bis sechs Monate in der Konjunktur. Und da können wir uns homogen die ganze Welt anschauen, ob China, ob Brasilien, ob Indien, ob Europa und selbst USA. Aber diese ganzen Indikatoren zeigen nach vorne, zeigen Wachstum an für die nächsten drei bis sechs Monate. Und das wird so von den Märkten noch gar nicht angemessen in meinen Augen antizipiert. Mit anderen Worten, die Wirtschaft, die Wirtschaftsdynamik schiebt die Unternehmen in ihrer Tätigkeit vor sich her. Und das ist die beste Qualität für einen konjunkturellen, dauerhaften Aufschwung. Wenn Sie jetzt schon die konjunkturelle Entwicklung weltweit ansprechen, an welchen Märkten erwarten Sie denn da so den größten Drive eigentlich? Der größte Drive kommt aus den Schwellenländern. Das ist China, das ist Lateinamerika. Ich bin sehr positiv überrascht von Brasilien, aber auch von Ländern wie Chile. Ich bin begeistert von Indien. Auch Indien wird dieses Jahr ein Wachstum haben in der Größenordnung 8 Prozent oder darüber. China bei 10 Prozent. Bei Brasilien reden wir wahrscheinlich in diesem Jahr auch von 5 Prozent. Das heißt, die Maschinerie, das nachhaltige Wachstum geht von den Schwellenländern aus. Die Schwellenländer haben heute über 45 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft. Mithin, das ist eine bedeutende Kraft. Ich sage heute, die Schwellenländer sind die Lokomotive der Wirtschaft, der globalen Wirtschaft. Das sind nicht mehr die USA. Die USA sind der letzte Waggon. Donnerwetter, aber das ist die konjunkturelle Seite. Jetzt müssen wir das natürlich noch ein bisschen übersetzen auf die Finanzmärkte, vor allen Dingen auf die Börse. Uns die Privatanleger interessiert natürlich, wie können sie da mitmischen? Wie können sie von ihren Aussagen profitieren? Ich bin sehr optimistisch für das erste Quartal und auch noch für Teile des zweiten Quartals. Warum? Der Lagerzyklus ist hier ganz bestimmt. In den Gesprächen, die ich mit den Unternehmen führe, stelle ich fest, dass die Unternehmen nach wie vor nur das tun in der Produktion, was sie tun müssen. Die Aufträge wachsen aber. Mithin besteht jetzt eine Notwendigkeit, die Lager aufzustocken. Das wird die nächsten drei bis sechs Monate eine sehr positive Einflussgröße auf die Gesamtkonjunktur sein. Und in diesem Zusammenhang sehe ich dann eben auch positive Effekte in den Ergebnissen der Unternehmen. Und das wird diskontiert werden müssen. Ich erwarte den DAX Richtung 6.800. Schließe in dieser Phase sogar eine 7.000 nicht aus. Aber sage auch dann, dass Gewinnmitnahmen auf dem Niveau sicherlich angemessen sind. Das hört sich gut an, für die Bullen am Markt zumindest. Und das, was Sie sagten mit den Lagerbeständen, das spricht ja eher dafür, dass vor allen Dingen Zulieferer zu den großen Unternehmen hier besonders profitieren würden. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Sie haben mich nicht falsch verstanden. Das ist genau der Punkt. Wir haben heute bei ganz vielen großen globalen Playern ein Problem, dass sie von den Zulieferern, von ihren Zulieferern auch nicht mehr bestückt werden können. Das heißt, die ganze Maschinerie durch alle Ebenen des volkswirtschaftlichen Wertschöpfungsprozesses müssen Lagerbestände aufbauen. Das ist eigentlich die Quintessenz. Und vor diesem Hintergrund bekommen wir auf sehr breiter Basis eine positive Gesamtentwicklung in den Unternehmen, was die Aktivität anbetrifft, aber auch in den Bottomlines, in den Ergebnissen. Das war jetzt schon mal ein Blick ganz weit in das Jahr hinein oder voraus auf die kommenden Monate. Vielleicht mal kurz zur aktuellen Situation. Die Berichtssaison in den Vereinigten Staaten beginnt gerade. Glauben Sie, dass da die Erwartungen im Moment eher zu hoch sind an die Unternehmensdaten oder dass die immer noch zu pessimistisch sind? Ich denke, dass die Erwartungen grundsätzlich leicht zu pessimistisch sind. Was wir die letzten neun Monate, seitdem dieser konjunkturelle Aufschwung anfängt an Fahrt zu gewinnen, erkennen, ist, dass jede negative Nachricht sofort stark diskontiert wird. Das heißt, es werden gar nicht aggressive Long-Positionen in den Märkten aufgebaut. Und ich habe eben versucht darzustellen, die wirtschaftliche Aktivität erholt sich. Die Skaleneffekte bei den Unternehmen werden dadurch positiver ausfallen, die Ergebnisse fallen positiver aus. Ich sehe in der Tendenz ein positives Überraschungspotenzial während der aktuellen Berichtssaison. Jetzt überlege ich gerade, wo vielleicht Wolken aufziehen könnten, was uns ausbremsen könnten. Könnte möglicherweise steigende Zinsen von Seiten der Notenbanken, möglicherweise eher, als das der Markt im Moment erwartet. Was glauben Sie, wann müssen die Notenbanken hier reagieren? Von der EZB erwarte ich, dass sie schnell reagiert. Ich gehöre zu ganz wenigen Analysten und Erfolgswirten, die bereits einen Zinsschritt der EZB im März oder April diesen Jahres erwarten, bis zum Jahresende 2%. Ich gehe aber davon aus, dass eine Bank of Japan gar nichts machen wird. Ich gehe davon aus, dass die Amerikaner lange hinterher hinken. Amerika hat ein strukturelles Problem, dass der Zentralbank der USA, der Federal Reserve, es gar nicht erlaubt, eine proaktive Zinspolitik zu führen, die ansatzweise vergleichbar wäre mit dem Stabilitätsmandat der EZB. Also die EZB geht vorne weg, aber wir werden auch mit 2% Zinsen hier sehr kommut leben können. Wer glaubt, dass die konjunkturelle Erholung von einem Zinsanstieg um 1% beim Reposatz der EZB abhängt, der irrt sich in meinen Augen ganz gewaltig. Die Dynamiken, die sich hier in der Weltwirtschaft auftun, insbesondere auch für die europäische Wirtschaft, für die Schwellenländer, die ist nicht so zinssensitiv, als dass diese Maßnahmen, diese Exitstrategien von einigen Zentralbanken nicht beschritten werden können. Australien tut es übrigens schon und auch Norwegen und das ist auch gut so. Ich beneide die Notenbänker nicht für ihren Job, aber sie werden offenbar mit Maß hier vorgehen, werden dies gefühlvoll tun, sodass damit auch keine großen Inflationsgefahren aufkommen werden? Ich sehe keine großen Inflationsgefahren, deswegen nicht, weil einmal die großen Geldmengen, mit denen in den letzten 24 Monaten agiert worden ist, weil diese Geldmengen gar nicht in die Realwirtschaft geflossen sind, die Transmissionsmechanismen von der monetären Inflation hin zu einer realen Preisinflation, die funktionieren nicht. Weder über den Gütermarkt noch über den Arbeitsmarkt und von daher bleibt das Inflationsbild moderat. Aber ich gehe schon davon aus, dass über die Rohstoffpreisanstiege wir Verbraucherpreisanstiege in der Eurozone bekommen werden, in diesem Jahresverlauf Richtung 2%. Also steht uns nach dem schwierigen Jahr 2008 und dem ebenso schwierigen Jahr 2009 vielleicht ein gutes Jahr 2010 bevor, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Herr Hellmeier, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Gerne.